20 elixier Die abteilung für stadtplanung ist unter anderem auch für die herstellung von gegenständlich zuständige die in mitka vertrieben werden kürzlich wurde eine pflanzenkolonie entdeckt in der zur herstellung des fp regenerieren somas benötigte pflanze gedeiht deine aufgabe ist es die kolonie zu erobern 20 elixiere let's go so 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 Falls ihr euch wundern solltet, warum ich immer an den Wänden langlaufe, mir ist aufgefallen, dass man Gegner spawnt in großen Räumen und wenn man an die Wand kuschelt, dann beschwert man keine Gegner. Deswegen, wenn ich die Zeitmission mache, sehr gerne lieber an den Seiten rumlaufen. Aber ein 6-1-6, den Heldentrunk. Dunkel-Opal? Wow! Okay, dringelchen, dringelchen, an diesersten Ecke. There we go. Prove your honor to me. I got it. Bam. Oh yeah. Was ist das hier? Weitere Schatzjägermissionen. Später, später. Activate in combat mode. Take that! Gauntlet resolved. Oh yeah! Händen wir den Geld. Dankeschön. Junge. Ich bin mir zwar nicht so sicher, was ich mit diesen Materies haben will, wie ist das aber? Oh ja, ich bin mir sicher. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Wir sind so dead. Hahaha! Wir sind so etwas vor tun. Oh ja! Das weiß ich nicht so etwas vor tun. Ich bin da. Cool. Konflikt resolved Oh! Another one of these Oh, hi! Gunblade Professor Hollander has escaped What? They already hit us upstairs? No, but security was spread thin after the attack and he used that opportunity to escape How convenient Yes It's as if he knew an attack was about to occur It's possible that he received some outside help Where is he? Are there any leads? The cameras in the 6th level of upper Junon have a positive ID on Hollander We are on the 6th level of lower Junon, so he should be somewhere up ahead To go to upper Junon, go through the central passageway gate and go straight Das schaffen wir Press the switch to operate the gate Alright, you look after the wounded Sir! As for Hollander, leave him to me But there is no way But there is no way But there is no way I hope Ah! There is a long way Oh Be that You It, It Oh Huh Oh Ooh Oh Das war's für heute. Get wrecked, son. Oh, yeah! Another one, ne? Das ist er. Und wieder geht Ich habe gerade super, super, super viele Materia bekommen 100 Am wenigsten kann man 999 haben, I guess So many copies Activating combat mode Completing solved Stehen geblieben Hey, stopp! Oh! 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 Aber fucking Panzer Na danke Aber das sind nicht diese Anti-Magic Drohnen von Final Fantasy X Oh! 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 Junge Don't get hit Don't get hit Gott sei dank habe ich 110% tp drin Jetzt bin ich einfach dead. One shot. Ah, der beschwert ne neue. Damit kann man arbeiten. Warmont's over. The power of soldier. Alright, here comes the big one. Das war's für heute. sie was anderes auf lauf 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 ja 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 Nein, 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 nein. Die, 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 die. There we go. This area has mostly been cleared. We'll lock the gate and make this a place of refuge. Making progress, huh? As for me, I still haven't secured Hollander. Gotta move. Yes, understood. First an assault on Medgar, and now there's trouble in Junan? I have to say, this hasn't been a good year for Shinra. For sure. Huh? What's the commotion? Are they shooting a movie or something? Kriegt er Repliken? Wow, it's a spectacle. I'll rendezvous with Cisney and continue the evacuation. You keep pursuing Hollander. Have you any idea what Junan's annual budget is like right now? We're in the red as it is. Get rid of these monsters at once. Huh? Why did you do it? First an assault on Medgar, and now there's trouble in Junan? I have to say. You know, I just saw Cisney heading to the 8th level of Upper Junan. Mr. Soldier, please do something. On my way. That grunt there, he got air sick. Man, it's like we don't have enough problems already. Clouds! Are you all right? Hey, you're okay? Yeah. I got sick on the helicopter. What? Cloud? Zach. You remembered. Well, of course. Good to be working with you again, man. Yeah. Although my job is kind of dull. Don't say that. Search and rescue is very important work. Hey. Why don't we grab a bite to eat? After you're done. Oh. My treat. Really? Get air in the morning, this egg. So, once I'm feeling better, I'll go. Because right now just thinking of food makes me... I'm so sorry, Zach. Ha 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 ha. My bad. Don't sweat it. Well, hope you feel better soon. Na, hoffentlich. Wie war eigentlich dein Urlaub? Hmm. Ich bin immer noch nicht an meinen Einsatzort angekommen. Ob die Organisation so katastrophal ist, weil Soldat kein Leiter mehr hat? Hmm. Wie war es eigentlich am Meer? Du schießt ziemlich gestresst in letzter Zeit. Hoffentlich haben die Wellen und die Sonne dir gut getan. Ich würde jetzt am liebsten zurückschreiben. Ey, Junge, ich habe mit so fetten Sonnen schön gekämpft. War ziemlich hype. Die Simultan-Offensive auf Shinra hält Soldat gut auf Trab. Was? Ich schreibe dir aus einem Helikopter, der mich zu meinen Einsatzort bringt. Ah, Luxia und Kunso sind zusammen unterwegs. Übrigens, ich habe gehört, was du den neuen Soldat-Rekruten an ihren ersten Tag mit auf den Weg gegeben hast. Erinnerst du dich? Das war der Tag, an dem du auch deine Frisur geändert hast. Du hast gesagt, Trag Träume im Herzen. Und was auch immer passiert, bewahrt eure Ehre als Soldaten. Diese Worte haben mich tief bewegt und sind seitdem mein Motto. Ich werde dir immer folgen, Sek. Ehren. Sek wird es einfach zum Role Model geworden. Es ist ein Trap. Ich wundere, was zu Juna passiert, wenn du sie nicht stoppen kannst. Ah, verdammt. Er zerstört die Garten, um die Zivilisten zu attacken. Holländer, wenn ich dich kenne, werde ich dich weglaufen. Die Waffen, die Holländer zur Flucht verhalten, sind nun auf dem Weg zur Evakuierungszone. Zerstöre sie, ehe die Bewohner Judon zu Schaden kommen. Durch Berührung der Gegner löst du einen Kampf gegen die Waffen aus. Stelle sicher, dass du sämtliche Waffen vernichtest. Zerstöre zuerst die Waffen in der Nähe der Verteidigungslinie, um zu verhindern, dass sie bis zur Evakuierungszone aufbrechen. Durchbrechen. Also er ist in der Hintergrund. Zerstöre zuerst die Waffen in der Verteidigungslinie, um zu verhindern, 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 um zu verhindern. Ich habe das gerade richtig gesehen. Da waren da gerade ganz viele kleine Packer. Blintstraw FTW. Die Sau, die ist einfach hinter mir gespawnt. Ah, das war das Konflikt resolved. Oh. εκ beiden Jabbar развит Katie Hay Ein Obite Konflikt resolved. Activating combat mode Complete resolved Activating combat mode Activating combat mode Activating combat mode I don't know I don't know Wow, we have sidesteped Activating combat mode Neneene, hau mal ab mit sein Da wieger jetzt Bring out the big guns Good luck Thanks Du Gleiska ist fertig No, no, no All right All right That's all of them Hollander You'll pay for this Standhafter Verteidiger No, no, no So, Eiska Du wirst ausgetauscht Für Duckelfolger W antis输 Duckelfolger Donc O Adieu Duckelfolger C Duckelfolger Duckelfe Duckelfolger Duckel overdext Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh no, it's this one Well, 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 where are we? Now we've got Scorpion-Types? Mm-hmm Clown? Here we go Oh no, you don't! Oh no, you don't! You can do it, Zach Yeah, I'm on fire now! Oh no, I'm on fire now! I'm ready to go! Oh no, I'm ready to go! Nope, 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 nope! Oh, das ist gar nicht gut! 75%, das könnte man killen! Oh no, I'm on fire now! Damnit! Egal, that's fine! One-shot mechanic! Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Überlebe ich. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! Das kann ja gerne sein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! Das war's für heute. Das war's für heute. There we go. Oh! Hey! What is he? What the fuck? Oh! 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 Wir sehen uns bald wieder. Ich werde dich an das machen. Mein Freund. Ihr Geist ist der Leben, der Gäste der Gäste. Die Geschichte wird von der Welt sprechen. Der Wind schlägt über die Wasser. Schnell, aber sicherlich. ist ja wirklich tot wir machen eine fixe pause und geht nach der pause noch ein bisschen weiter natürlich ist ja erst nulle aber ich muss mich kurz mal bewegen dementsprechend macht keinen unsinn ich verpasse euch ein bisschen musik und wir sehen uns dann gleich nach der pause wir sind wieder zurück